Hey internet und youtube wir spielen aber drei karts mit dalukat guten tag und dem dude moisen und da so gewesen okay der grüne hat einen frühstart hingelegt ich bin zu spät dran die regeln gehalten das ist bestimmt quantum was denn ich bin blau ihr noobs startet ihr eigentlich immer aus der ersten reihe oh shit der ist auch blau wer ist hier vorbei ich bin vorbei du hast mühen anzurannen der dude standet auch immer als letztes das ist unfair nur jemanden rammen nee nicht wie in der probefahrt ich fahre einfach ganz vorsichtig hinter euch her bis einer von euch einen fahrfehler macht fährt quantum überhaupt noch was ist denn natürlich fahr ich wieder wind oh das ist quantum hier oh shit nein ich möchte irgendwie turbo boost oder sowas machen ja ich auch speist die banane oder so letztlich kriegt auch keinen blauen panzer im prinzip wenn du hier einfach ohne fehler gemütlich durchfährst das ist vorbei oder ist das nicht bei der formel 1 genau so ich höre ins schrei das ist gut geht weg oder habe ich ihn oder kommt ihr auf mich warten bitte an der nächsten raststätte fahren wir kurz ja das ist super nett oh nein da ist der fahrfehler passiert adac egal ich hab noch drei ich sehe jemanden ich sehe jemanden für den dud fahr ich mit drei rädern ich krieg dich davon ist doch auch quantum streitet euch nicht um die billigen plätze da hinten ja komm du schubst mich an ich muss ihn bin noch viel zu weit weg ich bitte dich da geht quantum jetzt gleich vom gas jetzt ist er dran ja du musst auch vom gas gehen ja hallo hier stehen kaninchen auf der hallo er schubst mich um ich hänge im busch wahnsinn zwei gegner noch auf der strecke und dalokat ist voll am losen hier hier wird beschissen mein kart hängt im busch ich glaube ich habe irgendjemand überholt gerade oh mein gott ich kann es nicht mal überschlagen ich gucke aus dem inventar ist eine waffe oder so wäre witzig dann genießen wir hier die aussicht quantum hat geschummelt was denn konzentration ich wollte dich ramm und mein kart dreht sich um wer ist im ziel wer ist nummer eins was dicht hinter mir ja ich hab deinen staub gesehen tja das ging ja mal 1 zu 0 als vorhin ich bin für eine revanche revanche oder map wechsel ich glaube für den map wechsel muss ich nämlich komplett raus kannst du auch eine revanche machen so dass wir jetzt durchgehen mit first person jetzt probiere ich die andere so der dude noch ready ich bin gelb ich bin gelb ich bin schon wieder hinten direkt nach rechts rüber noch shit ja bei mir ist rot die hülle oh no so du jetzt ja nix da geh weg bekämpft euch Kommt schon. Nein, 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 nein. Oh, ich sehe euch wenigstens. Hä? Wieso ist hier? Achso. Ey, ey, ey. Oh Gott. Die Gäbe-Hummel ist... Oh shit. Was ist los, Quant? Na, kann nicht mal mehr eine Kurve fahren. Du schaffst es noch. Komm. Wir sind auch gleich durch, Quant. Geschieht dir nicht. Noch bist du hier gar nicht durch, junger Mann. Noch klebe ich dir am Heck. Das Wichtigste, Rheinland, war das Erste. Alles andere ist... Das zählt doppelt. Ist jetzt aber nur noch Bonus hier. Dürft auch mal. Ja. Also Zweiter bin ich schon mal. Das ist ein Fortschritt. Yes. Vielleicht passiert noch ein Fehler, hm? Hm, genau da, Lu. Zeit, Rennquant. Genau da, Lu. Okay, ich glaube, das war's. Nee, ich mach keine Fehler. Wenn du einmal... Okay, ich kann nicht mehr richtig steuern. Oh mein Gott. Oh, ein Stein. Verdammt. Das war's. Ich kann nicht mehr steuern, richtig. Oh. Du hast deinen Quad ja auch kaputt gemacht. Geh zu Fuß. Ach, ich steig' ich aus. Oder trag deinen Gruppenhaus über die Ziellinie. Mit dem Mausrad. Get out. Du kannst sogar neu spawnen, nur nicht reparieren, leider. Oh, ich muss eine Waffe ziehen, das wäre echt super. Ich schmeiß' eine Banane, ist besser. Ich lauf' einfach ins Ziel. Da, Lu, fahr doch irgendwo gegen mal. Hab' ich nicht vor. Nee, er tuckert da mit drei kmh durch die Gegend. Du holst mich nicht ein. Ja, doch nicht. Ich kann ein neues spawnen lassen? Nee, oder? Ja, du kannst irgendwie den... Du hast doch drei Knöpfe. Wenn du mit dem Mausrad vor deinem Quad stehst, kannst du als Driver, Inventar und noch irgendwas... Ach so. Ja, aber dann spawns einfach nur neu, falls du es umgedreht hättest oder so. Aber es bleibt trotzdem kaputt. So, Dude, ich bin am Ziel. Was? Nein. Ich bin genauso weit wie wir hin. Verdammt, dieser eine Stein. Haben wir das wenigstens schon mal hier geklärt? Ja, warte, warte, warte. Jetzt ist aber 1-1 auf dieser Strecke. Okay, alles klar. Also von daher... Ja, gut. Für den Dude eine Ehrenrunde. Mal sehen, wo Dude startet. Von hinten werden jetzt angenommen. Ich glaube, das kommt darauf an, wo du dich einloggst. Ja, ich glaube, du bist wieder Dritter. Da soll man den Dude am Anfang mal vorbeifahren lassen. Ja, bitte. Ihr rammt euch sowieso wieder. Ja, Quantum, versuch es diesmal nicht, sonst bist du da hinten wieder raus. Liegen da hinten nicht noch deine Teile? Da liegt, da lag eine Banane auf der Strecke. Das war das Problem. Dann zieht er wieder rüber. Ich habe ihn einfach mal fahren lassen. Ja, genau. Er hat mich fahren lassen. Oh, nein. Verdammt. Oh, Mann. Geh nach rechts. Was ist das? Wiederholung. Wiederholung. Das zählt nicht. Bitte. Es sah so gut aus. Tiki. Alle biegen rechts ab und der Dude fährt einfach geradeaus. Das ist eure Schuld, weil ihr die Strecke noch nicht geguckt habt. Nächstes Mal fahrt ihr wieder vor. Niemand hat gesagt, ich muss mir die Strecke merken. Ich bitte dich. Jetzt ist jeder einmal kaputt gegangen. Sehe ich das richtig? Ich bin noch dabei. Ich bin noch im Rennen hier. Oh, Gott. Muss ich irgendwie einen Rückblick machen? Ja, guck mal in den Rückspiegel, bitte. Ich trau mich nicht. Wir sehen. Sowieso, wenn du einmal hinguckst, irgendwo anders, dann bist du schon von der Strecke. Ich muss jetzt mal rausfinden, wo man überhaupt gegenfahren darf und wo nicht. Im besten gegen gar nichts. Ja, es geht aber nicht immer so einfach. Ah, shit! No! Oh, ich rieche den zweiten Platz vor mir. Nein, ich bin umgedreht. Oh, ich rieche den... Oh, mein Gott. Ich bin short. Was ist passiert? Ich bin explodiert. Ich habe Quantum gerammt. Oh, mein Gott, hier brennt alles. Da liegen Leichen auf der Strecke. Das sieht episch aus. Der ist explodiert. Sanitäter. Ich glaube, das ist zu spät. Oh, mein Gott. Und Michael Schumacher rast hier voran. Oh, Mann. Das war Taktik, das ich euch vorgelassen habe. Das kann ich sehr verraten. Du, jetzt nur nicht nervös werden, kein Fahrfehler. Ich bin noch nicht nervös. Warte, bist du laufe kaputt? Nee, ich fahre wieder weiter. Ich habe es umdrehen können und bin wieder eingestiegen. Bist du Zweiter oder Erster noch? Nee, Zweiter. Ich habe es umgedreht und habe den Dude an mir vorbeifahren sehen. Nein! Oh, ja! Nein, 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 nein! Na doch! Nein, nein! Das Nein war so wunderschön. Du machst auch noch deine Fehler. Keine Angst. Komm, Dude! Hinten am Heck! Toll, den Teil der Strecke kenne ich nicht. Hier war ich noch nie. Es war einmal vorher schon zu Ende. Ich hoffe, der Dude gewinnt das dritte Rennen hier. Nee, 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 nee. Der macht jetzt noch einen Fehler, weil er weiß jetzt nicht, wohin. Warte, nach links. Nein! Wo ist das Ziel? Wo ist das Ziel? Nein, nein, nein! Das sind doch nur 10 Meter. Verdammt! Unentschieden! Ja, jetzt müssen wir noch eins machen! Das finale Rennen! Ich bin gestorben. Ich habe explodiert. So, alles oder nichts. Ich bin wieder gelb, das bringt mir Unglück. Ich bin auch gelb. Bringt es dir auch Unglück. Lass mal Quantum wieder vorfallen. Lass mal Dude wieder vorfallen. Geradeaus, Dude. Es sah so geil aus, wie du eiskalt geradeaus gefahren bist. Ich muss mich gerade am War kratzen. Ja, Entschuldigung. Oh nö, die Mauer ist schon wieder. Die erste Mauer ist die schwierigste. Ach, Mann. Jetzt muss ich wieder auf warten, dass einer von euch in die Luft fliegt. Dalo ist ganz still, er ist voll konsentiert. Er ist voll drin jetzt. Er lässt sich nicht ablenken. Wenn man jemanden rammt, kriegt man mehr Nachteile dadurch als der andere. Die perfekten Kurven werden hier genommen. So weit ist zu viel des Guten, zu viel Speed. Wer hat irgendjemand überholt, habe ich das Gefühl? Weltrekord ist drin. Nein! Zickzack fahren, damit der Dude nicht hinter mir her. Ich biege mal zu früh ab. Kein Windschatten geben. Ich fahre mal gegen die Bordsteinkante. Ich habe zu viel riskiert und es hat nicht funktioniert. Oh nein! Oh ja! Oh Gott. Da kommen sie, glaube ich. Wie ist das hinter mir? Nenne deinen Namen. Oh no! Yes! No! Oh no no! Yes, yes! No no! No no! No no no! Welche Explosion? Welche Explosion? Vom letzten Mal. Bist du viel zu weit voraus. Ist das Quantum hinter mir? Ich bin hinter dir. Was bin ich? Oder? Hinter wem bin ich denn? Du weißt gar nicht mehr. Ich bin gelb. Ich bin gelb. Ups. Jetzt bremse ich dich, Idiot. Yes! No! Fahrfehler ausnutzen. Ich wollte, an einer Kurve habe ich zu viel Speed gegeben, weil ich dachte, ja, dann war's das. Ein Fehler. Ist vorbei. Das Ziel ist in Sicht bei euch auch. Witzig. Witzig. Ja, dann werden sie alle ruhiger gegen dem Ende. Ach, verdammt. Das war jetzt noch eine Konzentrationsrunde, ja. Verdammt. Hehehe. Kommt ihr noch an, hier? Nein. Ach, da kommt noch einer. Ich bin bei der Haarnadelkunde. Quantum ist auch noch angekommen. Zählt nicht. Ich bitte nicht. Hehehe. Aber wir haben noch eine Map. Wir haben noch eine Map. Untertitelung. Und міge.